So, da sind wir wieder beim Äther. In der Party, deine Mutter. Und beim letzten Mal haben wir den Dungeon erfolgreich abgeschlossen. Ich war hier gerade schon einmal oben, aber wurde direkt weggepustet von so einer Killerwolke. Alter, geht doch alle weg von mir. Und warum spawnt da oben drauf immer ein Vogel? Lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Ich hab meine Neptun-Rüstung. Ja gut, die Neptun-Rüstung hat mehr Verteidigung. Also wenn ich in den Dungeon gehe, wird die sich eher lohnen. Und die kriegt scheinbar auch keinen Schaden. Ja. So, Kisten. Oh, jetzt hab ich nur eine Kiste. Oh Gott. Achso, ich hab die Rüstung eh noch im Moment. Okay. Und die Schuhe. Ah, hier sind meine Schuhe. Block, 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 Block. Hä? Ich hab zweimal Eisenschuhe hier. Gut. Gut. So, was hab ich noch? Ich sortier grad ein bisschen meine Kisten, ja. Könnt ich alle drei Minuten machen. Weil ich hab hier ja wirklich überhaupt gar keine Ordnung. Das ist Ordnung. Ja, frag ich mich auch. Ja, Häuser umbauen könnt ihr wirklich mal angehen. So. Ähm. Ähm. Jetzt ankommt das Set dorthin. Ähm. So. Ja, mach mal so. Ja, mach mal so. Da die Boxhandschuhe rein. Okay, das tue ich generell einfach mal da unten rein sortieren. Und das dauert eh bis es ewig fertig ist. So. Dann kann ich das alles da rein werfen. Das gehört da bloß nicht rein. Und das auch nicht. Kommt das, das und das da rein. Und die hab ich auch da drüben gelagert. Das kommt dann auch trotzdem wieder da rüber zu den Waffen. Waschen Waffen, Waffen. Waffen, Waffen. Ach, wat. Hä, warum hab ich zwei Hammer? Hast du vielleicht noch einen gefunden? Stimmt, ich hab einen zweiten gefunden. Na cool. Siehste, hab ich auch was nochmal davon bekommen. Hurra. Hurra. Hurra, okay. Der Zimbelmann ist mit dem roten Haar. Hurra. Hurra. Ja. Der Zimbelmann ist da. Passt ja sogar mit dem Zimbelmann. So, den Schlüssel packen wir da rein. So, den Schlüssel packen wir da rein. Das ist Bodenwelt. Bodenwelt. Und das sind Blöcke. Und das sind Blöcke. Wunderbar. Ich habe die Ordnung. Ich nicht. Oh. Oh. Wollte ich eigentlich ausrüsten. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich die zwei Ringe nehme und ausrüste? Merkt zwar wirklich keinen Unterschied, aber gut. Und das Spiel meint. Oh Gott. Ich sollte mal das hier abreißen. Na doch. Leitern mit der Hand abzubauen geht wesentlich schneller. Ja, als was? Sonst. Ja, als ohne die Ringe. So. Also ich glaube, dass es an den Ringen liegt. Kann auch vielleicht an was anderem liegen. Keine Ahnung. So, Orangenbaum. Pfff. Bären. Oh Gott, wie viele Saplings habe ich hier. Ja, ich brauche einige. Ja. Sind die Bäume gewachsen? Frag mal dich, weil du gerade in der Nähe davon bist. Wer war es wie? Die Bäume. Hier hinten. Ja. Erstmal durch meinen Keller gehen. Oh. Und einem. Oh Gott. Einer ist gewachsen. Okay. Helfer. Oh Gott. Scheint es aber nicht drüber erfreut. So wie du schreist. Ja. Kackvögel. Vögel im Garten. Oh ne. Nicht schon wieder dieses Vogelfieh. Und ne Blitzwolke. BTF. Wie kommt der Vogel hier rein? Das sind drei Kästchen. Wenn du ne drei Kästchen nimmt. Und da. Versteh nicht. Amber, hilf mir. Ich brauche den König. Ich habe meine Waffe gerade nicht dabei. Ich glaube das ist suboptimal wenn ich dir ohne Waffe helfe. Ich habe auch keine. Ah. Okay. Wo bist du? Ich habe Vogelfieh im Lager. Wie auch immer das da rein kommt. Uuuuuh. Nett. Okay. Danke. Bitteschön. Okay. Ich sollte hier doch noch Fackeln setzen. So wie es aussieht. Spawnt einfach mal ein Vogel bei dir. Ja und die bringen die Scheiben nicht so wirklich was. Ja. Wahrscheinlich machen Licht aber sind nicht unbedingt als die Anti-Monster-Spawn-Quelle gedacht. So. Ja. Das ergibt dann schon ein bisschen mehr Sinn. Wenn ich keinen Stein habe. Boah. Wollt welchen ab? Mein Gott stell dich doch nicht so an. Ja muss ich gleich sowieso noch. Also. So. So. Könnte ich eigentlich das zubauen dass das gar nicht mehr so auffällt. So. So ist dann die Kiste. Die lasse ich dann einfach mal da an der Wand drin. Hm. Oh das ist ne Wolke. Der Gold. Eine Wolke? Was machen die denn nochmal? Äh... Schneller runterfallen. Ach ja, ich seh's schon. Und dann wirst du ein? Okay. Ich baue gerade mein Haus um. Okay. Ja, ich hatte ja nicht wirklich Platz in meinem Haus. Wenn dir das aufgefallen ist. Nö. Gegenwart. Möchte ich, dass es... Hm. Eigentlich nach außen. Eigentlich müsste es so sein. Yes. So, und dann kann ich hier auch noch einen Raum reinbauen. So, dort... ...durch noch Zaun. Yes. Das ist perfekt. Kann ich da nochmal... Zack, zack. Hab ich schon mal ein bisschen mehr Platz in meinem Haus. Ah, das bauen wir einfach zu, bis wir das direkt da raus brauchen. Äh, 1, 2, bitte. 1, 2. Guck mal, das bietet sich sogar perfekt als Lager an. Ist ja immer geil. Ähm, das... Ähm, das... Das ist nicht so viel Licht. Äh... So, genau. Und dann möchte ich... ...8 von euch. So. Dann bauen wir dich so. Und dann bauen wir das da ran. Nee, 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 nee. Doch. Ne. So, extra Kiste für Essen. So. Hm. Yo, yo, yo. Das ist mein frisches Haus. Geh dann. Oh Gott, was mach ich denn alles in die Kiste? Knochen und String findet man hier nicht, oder? String ist von den Hasen. Ja, pf... Ach, egal. Ach ja. Ähm. Tatsache entsprechend, dass wir schon tausendmal in tausend Richtungen gelaufen sind. Und es immer noch genauso ist wie beim alten... ...Ether. Seht ihr hier schon mal ein paar Waffen, spoiler-mäßig, die wir wahrscheinlich eh nie finden werden. Aber dementsprechend... Ich muss mal kurz meine Items hier hochschieben. Nicht, dass ich was jetzt von mir lösche. Dementsprechend werden wir uns... Einfach zeig es halber, hafterweise... ...ein Fick. Das heißt so. Hm. Cockatrice kennen wir, oder? Das sind diese Giftvögel, glaube ich. Ja. Ähm. Etherwall haben wir noch nicht. Habe ich doch, glaube ich, eingesehen, doch. Gibt es da nicht noch eine Kuh-Version? Mu? Oh, Mu. Mu? Eigentlich gab es Kühe. Aber... Diese Äther-Kühe. Gab sie ja nicht. Die hatten auch Flügel. Ja, die hatten auch Flügel. Die gab es auch mal. Gibt es aber scheinbar nicht mehr. Ja, WTF. Mu-Kuhs. Aber es gibt noch die Schweine hier. Die wollte ich nur gezeigt haben. Creative Mode ist so aus. Hoch. Null. So. So sehen die aus. Man kann auch Flügel drauf... Äh, man kann auch einen... Sattel draufhauen und mit denen rumfliegen. Kann ich ja sogar auch machen. Wir haben ja noch einen Sattel. Die wir eigentlich für ein... Moa bräuchten, aber... Pff. Ist doch Banane. Hier, Mr. Schwein. Kann man lenken. Kann einmal hochhüpfen. Und gleitet langsam runter. Ist halt wie so ein... Schwacher Moa. Guck mal, wir auch mal in die Garage reinparken. So. Oh Gott, ich hab ein bisschen Ordnung in meinen Thron. Echt noch nicht. Weil meine Thron total falsch da hängen. Gut. So, dann brauche ich meine Axt und reiße ich mal die Thron ab. Oh Gott. Was ist los? Viele von diesen Kackvögeln hier sind. In meinem Garten. In your garden. Ja. Ja, das ist ja noch kein Licht. Sondern eine gerade Ebene. Spawnt doch sowas immer super gerne. Ja, stimmt. Und richtig viel. So. Alter. Alter. Jetzt geht doch mal weg. Alter, wie viel? Alter. Ja, WTF. Ich bin gleich tot. Alles klar. Da verreckt der erst mal. Iliens. Erst mal Heilsteine schlucken. Der Sterbende 01. So. Weg mit dem Kack hier. WTF. Ja, gar nicht. So. Endlich. Frei hier. Voll ungeziefer. So, die Kiste war ja besser umgezogen, als man dachte. Sollte ich mir eigentlich mehr Kisten machen. Können wir denn hier nochmal zwei Kisten? Ja, könnte man eigentlich auch. Ja, ich könnte den ganzen Raum mit Holz auskleiden. So wie der aussieht. Ja. Huch. Och. Andy. Mordado schreibt mich an. Nein, okay. Ja. Mordado vermisst dich. Ja. Schlängel, willst du noch machen? Ach, ich hab schlecht geträumt. Hm. Der sperrt da, du. So. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. Mach ich natürlich da mit dem gegenüberliegenden Raum auch. Muss ich ja machen. Aber der Raum, der gerade ausgeht, wenigstens nicht. Ich will ja auch nicht alles mit Holz auskleiden. Nur weil es gerade hip ist. Äh, so. Alles klar, Schlängel? Ja. Okay. Wollt ihr nur gefragt haben. So. Erst mal Stein weiter abbauen. Okay. Und jetzt? Ähm. Spitzhacken brauch ich neu. Zwei, drei. Aha. Die Ringe verbrauchen sich durchs Getragenwerden. Watt? Man muss nicht mal was machen. Ja, der ist allein gerade geplatzt, als ich in der Kiste war. Puff. Puff. Einfach mal der Ring geplatzt. Da platzt mir gleich der Kragen. Ja. Und? Jetzt ist hier schon wieder... Geht weg. Hier, wo ist der? Ja, genau. Da oben. So. Und dann möchte ich mit der Axt ein bisschen Zeug sammeln. Dupidupidupidupidup. Ups. Die, die. Dankeschön. Voll die Killermaschinen sind wir. Ja. Also so viel wie ich hier gerade getötet habe in meinem Garten. So viel habe ich im ganzen Dungeon gerade eben gekillt. Das ist wie Ungeziefer. Ja. Ja. Kann sich nicht wehren, aber ist da und nervt. Ja, richtig. Na gut, mich hat es fast getötet. Du bist ja auch ein Noob. Das kann sein. Ich sollte eine Holzachs dafür hernehmen, dass ich mir Holz kriege. Ich mache mal kurz noch eine Verbesserung. Ich mache mal kurz noch eine Verbesserung, die mir gerade spontan auffällt. So ist es sicherer, selbst wenn man mal runter springt und irgendwie schafft, so zu lenken. Ja. So ist es sicherer, selbst wenn man das nicht mehr schafft hat. So ist es sicherer, selbst wenn man das nicht mehr schafft hat. Von der Logik her müsste ich allerdings dann auch jetzt noch da und daneben eins hinsetzen. Ja, wie soll ich denn da daneben nochmal hinkommen? Ja, komm. So. Jo. Wunderbar. Oh, schon wieder 17 Minuten. Da baut man ein bisschen rum in seinem Haus und schon sind 17 Minuten um und wir haben wahrscheinlich gar nichts gesagt. Ja. Also ich habe nicht viel gesagt. Ich habe eigentlich nur meine Kisten, äh, äh, gemacht. Sie sind ja jetzt fertig. Ah! Ja, das auch. Das auch. Das war ja danach. Ja, genau, über die. Die Kackviecher. Oh, es wird schon langsam. Und dann können wir, wenn wir hier fertig sind, können wir das zum Download anbieten. Und dann sind die Leute hier. Oh! Ja, oh, okay. Und dann können die hier wohnen bei uns. Ja. Unsere privatesten Geheimnisse durchschnüffeln. Das wollen die. Gut, dann machen wir vor kurzem noch ein bisschen länger. Wenn wir hier schon so wenig gerade zum Reden kommen, weil wir größtenteils am Nachdenken sind, was wir denn überhaupt bauen wollen. Ganz genau. Schlechte Let's Player. Ups. Ja, echt wahr. Gut, ich wollte. Deswegen habe ich das Holz gesammelt. Da ich weiß, wo die Kisten sein werden, wollte ich genau das andere außenrum. So wollte ich bauen. Oh. Meine Spitzhacke meint noch kaputt. Und dann will ich rein, weil bei Nacht will ich ja nicht draußen sein. Dann will er nicht draußen sein. Ja. Wenn mich die Vögel schon gerade fast gekillt haben, was machen die Wolken dann mit mir? Ach was, die sind doch lieb. Ja. 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 Kaputt. Und ich habe vier Steine. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Hätte ich mir optisch schöner erhofft. Was? Ach, ich probiere gerade hier noch die Raummeldung rum. Vom Bauen her. Oh, ich sehe. Oh, ich sehe das auch noch mal mit Holz auskleiden. Oh, hi. Hallo. Man sieht halt den Stein, wenn die Kisten da noch so an der Decke liegen. Das stört mich. Hm. So. Jetzt aber gleich nicht mehr. Hä, nicht mal den kann ich mehr stacken, den Stein, WTF. Was ist denn hier los? Hey, jetzt ist aus dem... Aus dem Stein ist ein Tier geworden. Ja, aus dem... Und das hat mich angegriffen. Richtig. Warum? Nein, okay. Das verwirrt mich gerade alles ein bisschen mit dem Stein hier. So, dann räumen wir das noch um. Äh. Alles da rein. Dann können wir ja noch teilen. Können wir vielleicht eine Wolken, Holz, Steinkiste machen und der Rest kommt dann in die obere Kiste. Stein. Wolken. Und Holzsachen. Und Holzsachen. So. Oh mein Gott, da ist gar keine untere Kiste. Da oben reingeräumt hat. So. Sollte fancier sein. Fancier? Fancier. 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 Ja. So. Kann ich sogar die Wolken selber noch von Hand sortieren. Der gehört da hin dann und das gehört da hin. So. So. Jetzt habe ich genug Spitzhacken. Kommt da hoch. Dann muss ich dich noch abreißen. Habe ich eigentlich? Ja, habe ich. Eine Rüstung habe ich an. Okay. Ja, wäre auch doof ohne, ne? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Okay. Jetzt habe ich ein Problem. Das war ziemlich frech. Hier ist übrigens so eine Blume. WTF. Wo? Ah, da drüben ist so irgendwo, okay. 2 AP. Bedeck. Schlingel, du siehst... Mit dir steht das nicht gut. Bedeck. Heilstein. Go, go. So, das 3 sammelt sich so irgendwo da oben. Das ist gut. Wir sind überall. Was zur Hölle. Okay, bei Nacht rausgehen ist nicht so gut. So. Nicht unbedingt, nee. Okay. Ich habe es probiert. Ich würde es nicht unbedingt als Premium-Erfahrung einstufen. Ja. Ich aber auch nicht, du. Ich aber auch nicht. Oh, hi. Hallo. Ich bin noch ein bisschen rosa. Du bist rosa? Ja. Von den Heilstein. Achso. Äh. Könnte ich eigentlich nur mit Holz. Jo. Cool. Alles rein sortiert hier. Voll crazy. Ich würde sagen, sieben wir es beim nächsten Mal. Weil ich jetzt fertig sortiert habe. Zumindest in einem Großteil. Bis dann. Bis dann.